Alles begann wie eine typisch gestörte Folge von Neatalk. Doch was dann passierte, sollte alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neatalk und heute gegen Nappi-Tschi-Kurga. Oh yeah, was geht ab? Und wir werden dem Markus jetzt mal kräftig den Arsch versorgen, man. Guck ihn euch doch mal an, ey, der kann gar nichts, man. Hui, verdammt. Scheiße, Alter, was mach ich denn? Okay, jetzt wird gerult, man. Also ich bin gelb, der Markus ist orange. Eigentlich bin ich immer früher orange gewesen. Ich habe vor, ey, das wäre so ein cooler Tod gewesen. Ja, ohne Witz. Ach man. Hör mal zu groß. Nein. So, nee. Spawnen, spawnen, spawnen. Ja, diesmal nicht, ne? Du miese Bitch. Komm schon, Spawner. Oh shit. Nein, was, das gibt's nicht, Alter. Hab ich dir noch dein Geleggebrech? Alter, ist safe hier. Ich mach jetzt ohne Schwert, safe. Oh, schade. Was? Ich hab dich da safe. Hä, wieso macht der nicht diesen komischen, ja, genau den hier, den Move. Ja, okay, so läuft das. So habe ich früher mal meine Gegner besiegt, besonders Chris. Da hat er dann mal seine ganze Aufnahmetechnik gespannet, weißt du noch, Alter. Das war die beste Aufnahme, die je irgendeiner von uns gemacht hat. Ja, ist echt so. Ist einfach wirklich so. Also eine Aufnahme, wo man sein komplettes Equipment kaputt macht, ist schon echt. Ja, ist echt so. Na komm, komm rüber, ich lass dir dein Schwert. Sag, komm, geh weiter zurück. Nein, nimm dir dein Schwert. Okay, Alter, start auf, hab ich keinen. Oh, scheiße. Nein! Oh, wo spawnt der denn, Alter? Ist halt sinnlos. Nice! Oh! Was? Oh! Scheiße! Das ist so ein Move gesehen. Ist klar, Alter! Oh, Junge. Okay, das war irgendwie verhörselbar. Boah, Junge. Das war nice. Ich spiele übrigens mit Controller. Ich auch, diesmal. Ah, okay. Ich habe ja alle Aufnahmen, die wir bisher hatten, immer mit Mauskasten. Was? Junge! Was? Was? Hast du das gesehen? Was? Was? Ich habe dich, glaube ich, entwaffnet sogar irgendwie. Keine Ahnung. Ich musste mal eine Zeitlupe dann abspielen. Vor allem, ich habe neulich mal, ich habe ja noch nie die Serie Walking Dead gesehen, ne? Ich will jetzt auch nicht spoilern hier, keine Angst. Aber es ist so, als ich so ein paar Tode gesehen habe von den Schauspielern, habe ich mir so gesagt, Alter, die haben mit Blut echt ein bisschen übertrieben, also, ohne Witz, wie das Blut da rausspritzt, Alter, obwohl da noch nicht so richtig was ist, Alter, habe ich mir so gedacht, die sind alle Bluter, habe ich das Gefühl. Ja, aber da stimmt, ne? Ja, da ist aber auch ein Letzt bekannt für. Ja, das ist aber übenswert, wenn man an manchen stellen. Du musst mal wieder einfach liegen bleiben. Du hast mich nicht mal getötet. Jetzt habe ich dich getötet. Hä? Ich bin bei mir durch, Alter. Hä? Was? Ja, ich habe bei mir gewonnen. Was ist das denn? Das musst du dir in der Aufnahme angucken, Alter. Was? Ich habe bei mir gewonnen, Alter. Was? Was war das? Ich habe mich jetzt schon gefragt, ich habe mich jetzt schon gefragt, was du im Final Screen da für Scheiße gemacht hast, Alter, du standst einfach nur da, lass irgendwo in die Welt rumkriegen. Was? Oh mein Gott, Alter, wenn du das siehst, ne? Das klappt schon, will ich. Nice, Mann. Aber ich bin komplett rausgezogen, also, ich muss dich jetzt erst mal sogar wieder einladen, Alter. Oh, nice. Nice, Mann. Okay, 1-0 für mich, würde ich sagen, wir machen Best of, also, wer zuerst fünf Punkte hat, ja? Jo. Wer zuerst fünf Sieger hat, ist 1-0 für mich. Und wir spielen jetzt mal hier die nächste Karte. Alter, okay, 1-0 für mich. Das war schon nice gerade eben. Jetzt musst du nachlegen, Alter. Nachlegen? Was war das? Das war eine verpackte Scheiße, ja, das war ja nicht mehr rechtens gewonnen hier, ja? Drecksack. So, okay. Die Karte ist eigentlich mein Steckenpferd, weil hier in diesem Gang und so, komme ich eigentlich immer ganz gut klar. Also, scheiße, was? 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 Ich hab mich doch gekillt und du warst nicht mal mehr im Screen drin, Alter. Ja, ich sag ja, ne, dieses Spiel hasst du mich. Ich hasse dieses Spiel übrigens auch seit den letzten drei Folgen. Oh. Oh, Junge. Oh, schon der feine Screen, Alter. Hm, viele, viele Screen, Alter. Ja, ich bin halt besser als du. Ich schieb dich in deinen Screen rein. Na, was bist du denn jetzt machen? Das ist ja das, was ich immer in diesen Saison tue. Töten. So. Ich geb dir noch eine Chance. Mit Schwert. Like ist ja. Ja, und damit schnittst du jetzt 2 zu 0 für den Afflecki Koga. Ach, das erste, das zählt für mich überhaupt nicht, ne? Also, wenn du es bei mir... Alter, das hat voll gezählt. Du hattest voll viele Chancen durchzukommen. Du hast schon bei mir auch manchmal... Ja, okay, okay, das an sich... Aber wie du dann am Ende gewonnen hast, wenn du das bei mir siehst, das glaubst du mir nicht. Alter, ich bin echt gespannt, Mann. Also, guck doch für jeden Fall mal bei mir. Bei mir war es so, ne? Ich hab dich getötet, bin weitergelaufen, noch mal getötet, dann lagst du einmal auf dem Boden. Ich bin weitergerannt, war schon bei mir wieder Richtung Ziel und so, ne? Und dann ist das Spiel einfach vorbei. Und du so, hä, wie denn? Ich hab jetzt gewonnen, ey. Was? Was denk ich, ich gewinn hier grad am Gewinnen. Ich gewinn hier grad am Gewinnen, Markus 2016. Ja, ich bin hier grad am Gewinnen, hab ich gesagt. Ach so, ich dachte, ich gewinn hier grad am Gewinnen. Scheiße. Boah, ich hasse die Map, Alter. Also, die ist so eine Augenkapsule, ich würd hier gar nicht spielen. Nee, nicht nur das, sondern ich find die einfach scheiße, weil die so schwer zu spielen ist. Also, die hat echt so ein paar schwierige Passagen, ne? Ja, schwierig ist die, aber sie sieht halt einfach irgendwie total anstrengend aus. Ja, einige Passagen sind anstrengend, die hier zum Beispiel gehen, find ich. Aber die hier am Anfang hier, die Start, die ist üs-hart, Alter. Was? Was mach ich da, Alter? Haha. Oh, scheiße. Nein! Zu kleiner Opfer, oh. Oh. Sag dir das kleine Opfer, oh. Hast du schein gemacht? Was? Ist klar, Alter. Ist... Da hab ich dich einfach in der Luft. Als hätte ich's geplant, ey. What the fuck. Was? Hey, ich hab... What the fuck? Du bist da voll durch mein Schwertsprung, Alter. Ja, Alter. Alter, das gibt's nicht. Was? Okay. Ja, komm. Das war jetzt aber mal echt gerechtfertigt. Muss ich auch mal zugeben. Alter, ohne Scheiß. Jetzt ging mir kurz die Pumpe, Alter. Ich will das nicht so wie bei Chris machen, wo ich dann so kurz vor knapp noch 4 zu 5 verliere, Alter. Ich will das diesmal safe haben, Alter. Guck mal, ich hab dich eigentlich getroffen mit meinem Schwert, ne? Ja, ist wirklich so, du hast mich eigentlich wirklich getroffen. War schön, dass du mal wegen des bei dir auch angezeigt wurde. Ja, ja, aber das war bei mir ja gerade genauso. Da hab ich dich auch eigentlich voll getroffen. Du bist zweimal durch mein Schwert durchgesprungen, einfach. Nein! Oh, springt aber doch! Keine Füße! Also im Nahkampf bin ich richtig schlecht, wenn ich keine Waffe hab. Dann brichst du mir schneller zinnig als du mir. So. Was? Ja, nice, Alter! Was? Wie? Ja, durchs Geh. Oh. Was? Wieder so ein Ding. Ich hab voll durch dich durchgeworfen. Ja, Alter, ich bin so scheiße im Nahkampf, Alter. Wow. Wow. Hä? Es leckt einfach schon wieder. Ich leb wieder bei mir. Warte mal. Warte mal ganz kurz nichts machen. Wie ist die Situation gerade bei dir? Äh, momentan kriegst du gegen die Wand bei mir. Ja, okay, das seh ich jetzt auch gerade. Okay, aber. Gerade eben bin ich bereits hochgesprungen und da hast du mich getötet. Hä? Bei mir hast du gar nichts gemacht. Alter, überschneiden sich hier gerade zwei Paralleluniversen in dem einen Universum. Hast du mich bereits getötet in dem anderen Universum? Töte ich dich? Das gibt's nicht, Alter. Und da überschneiden sich hier gerade zwei Paralleluniversen während der Aufnahme und wir nehmen es gerade live auf. Boah, das wär voll hart. Illuminati-Confirmt, Alter. Ich sag's dir. Ja, Titten im Tammen, Junge. Illuminati-Confirmtitten im Tammen. Illuminati-Confirmt, mal ernsthaft. Was? Jetzt gibt's... Was? Was ist das? Ich war gerade neben mir, wir sind gerade beide gestorben und dann gab's von der Explosion, so erdbebenmäßig, ne? Was? Alter, was ist los bei deinem Rechner, Alter? Warum sind wir jetzt hier? Weil ich dich getötet habe bei mir. Was? Was ist das? Nein, was mache ich da? Ey, die sind voll, genau. Ich sag's dir, wir überkleiden sich gerade zwei Paralleluniversen, ey. Ich sag's dir. Scheiße, Alter. Ich komm gerade überhaupt nicht drauf klar. Ohne Witz, Mann, Alter. Du kleiner Ficker. Vor allem, also wir haben nicht mal eine schlechte Internetverbindung. Wir haben, glaube, 50er Ping zueinander oder sowas. Stellt ja am Anfang, ne? Wie viel K hast du? Äh, ich habe 50K. Also wir haben, also... Ja, wir haben eigentlich echt gutes Ende. Und auch die Verbindung ist jetzt gerade nicht schlecht zu dem Server. Also ich habe 50 Ping und du auch, glaube ich. Also ich will da am Anfang immer, wenn wir auf Ready gehen. Achso, okay. What the fuck einfach. Das ist aber echt hart. Das war gerade zu geil. Ich glaube, die Entwickler arbeiten an dem Spiel nicht mehr weiter, habe ich das Gefühl. Weißt du was? Das ist jetzt gerade so eine Sache, wo ich mir immer denke, so... Ja, und das nimmst du gerade nicht auf, weißt du? Und diesmal nehmen wir es einfach auf. Das ist echt so. Oh Gott. War es einfach schon feinlich zu viel? Ja. 3-0. Nein, 3-0, es gibt immer gleich 3-0, ey. So, guck, wir haben hier... Ich habe 50, 50 Ping. Ja, ich auch. Das ist manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber sonst eigentlich... Also es ist jetzt keine ultra-hard-furchsichtverbindung. Das ist meine Lieblingsweb übrigens. Ja, ich mag die auch ganz gerne. Ich hasse. Du auch. Diese Stelle mag ich besonders mit dem Strohdarm. Die finde ich richtig cool. Also mit dem Weizenfett eigentlich. Nein! Wow, du bist doch eine Hure! Ja, und du geholst ja auch ein Schwert oder was? Hast du es gesehen, Alter? Nee, hab ich nicht... What? Warte, warte, da bin ich? Ups. Ja, das war so unvorhersehbar, ne? Diese Folge, ey, das gibt es nicht! Ach, Mann! Ich mache die noch mal eigentlich es ist jetzt eigentlich schon matchball für mich also ich könnte müsste jetzt eigentlich noch mal mit castle anfangen Wir machen wir machen die karte noch mal aber steht trotzdem 4 0 für mich also jetzt musstest du ein bisschen leistung bringen Ich gebe dir mal klein leistung du hast diese punkte nicht durch deine leistung und meiner nicht leistung bekommen Doch nein alter hier siehst du ich habe nix gemacht du bist einfach in mein schwert reingesprachen Also zwei punkte von denen die hast du nicht gerecht bekommen ja gönn dir halt noch Lassst du so den gegner disrespekten alter Alter du bist wieder durch mein schwert durchgesprochen Scheiße aber ich bin da mit dem schwert Junge Ja ist halt echt zunde Ich bin der mit dem schwert Junge Jetzt gehen ihm die argumente aus in der siegeswillenart jetzt wird er nur noch beleidigt Ja ja Was? Yo ist safe Na gut Scheiße Das ist so geil Oh fuck Ich bin wie ein Löwe Ich bin wie ein Löwe Junge du hast mir noch im anderen Screen man ein Schwert abgenommen? Ja ich weiß Du kleine Hure ey Ich bin gerechtfertigt aber hä? Meine Mutter ist gerechtfertigt wenn ich in mein Bett liegt alter Oho jetzt kommen die ganz harten Sachen ne Ja was Ahhhh Nice Was alter Das war ja ne mega move Never Never ever alter Mega move Das war ja echt ne mega shot alter Das war voll gesniped Erstmal disrespekten und dippen alter Ja Was alter Was alter Ey die sagt in diesen Folgen kannst du einfach so geil bearbeiten und in Zeitlupe reinbauen Das ist voll ne scheiß alter Alter ich werd nie mehr Ich kann nie mehr Ich kann nie mehr Das kommt Warte mit diesem Schwert Alter was hab ich denn gemacht? Ah das ist ein bisschen klug gewesen Na fuck Ohne Witz Alter So geil Ich will diese Aufnahme gar nicht beenden weil die ist einfach viel zu gut hier fast passieren viel zu gute Sachen grad Wir können ja noch ne zweite Folge aufmachen Boah Shit alter Oh gut abgelehnt Alter jetzt Ich bin hier mit dem Schwert Ich eh Oh fuck ey Also ich glaub jetzt werd ich wieder langsam ein bisschen warm Das ist so Ja Aufwärmphase grad noch Was? Keine Ohne Witz ob es ne LCS für den Hut gibt Und selbst wenn Was? Wurde schon wieder geportet Hä Ich wurde einfach Ich war wieder grad eben woanders ne Ok what the fuck Ha Wisst ihr das Ding ist einfach Ich hab Wir haben grad zweimal versucht dass der Markus hostet einfach Dass ich da das Orangeneinander bin Aber jetzt hab halt ich gehostet Weißt du wieso ich nicht hosten kann? Weil der Markus in dem Paralleluniversum bereits hostet Das heißt du musst hosten da die andere Möglichkeit schon vorhanden ist Ist klar alter Vor allem in dem Paralleluniversum bin ich einfach mal mega fett oder so Oder hab kein greenscreen sondern ein bluescreen Ja klar Es muss ja nicht alles gegenteilig sein Aber es ist vieles gegenteilig so Scheiße Nein das gibt's nicht Ich hätt's jetzt eigentlich schon klar machen können Mach dich gleich mal klar pass auf Ja man Wir haben heute einen Whatsapp Chat gehabt Oh witz das hat Ich wollte das eigentlich echt veröffentlichen Aber ich hab's dann Markus wollte das nicht also hab ich's nicht gemacht Ach ja ne kam das war zu karte Das war einfach zu geil Mann wieso werbe ich denn ständig mein Schwert weg Alter Du hast zu viel in Gothic oder so Was Was soll denn das? Ich hab schon wieder Was soll denn das? Nein Mann ich hab keinen Bock mehr alter Ich werd schon einlaunt hier rumgeportet Ach komm Mann Dieser Markus mal in dem Paralleluniversum ne Wenn ich den einmal treffe ne Ich kann dir versprechen ne Du hörst dich an als ob du übelst die Drogen genommen hättest Das ist so geil Alter Das ist so geil Alter Boah Junge Alter Der Boah Was ist denn das? Mann Und das Schwert Alter Ich komm auf diese Folge nicht grad Tu mir leid ey Ey scheiße Alter Ich will das jetzt klar machen Ich will jetzt hier noch 5 Nulls Yo ist klar Ja ich hab da noch die Waffe abgenommen Toll Was? Ja ist klar Gut was du noch alles hast ne Wow So Alter jetzt stirbst du ne Ja oder ich sterb mein Gott ist mir doch egal Nein Ich komm früher oder ich will da eh auf's einfach raus Dass wir hier 5 Stunden lang in dieser Welt sind Ja ist echt so Aber ist grad spannend Ach man alter Fuck Aber manchmal ist die Ist die Steuerung mit dem Controller aber echt ein bisschen schwammig So Lustig Ja Also sie ist manchmal nicht hundertprozentig zielgenau hab ich das Gefühl Okay Scheiße voll ins Schwert reingeflogen Solche Mini Ruckler machen es dann aber auch nicht einfacher Oder wenn du rumgeportet wirst Weil dieser Typ im Parallelunivers einfach nichts auf die Reihe bekommt Boah Ja Nein Ja Ja Nein Ja Nein 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 Come on alter Miese Hure Was Alter das läuft nicht Meinen Oh lol Nein Nein Was ist denn Alter Bei mir steht das Bild Mann ich will nicht Was Ich hab aus Versehen Bin ich in Pausenmenü gekommen und hab aus Versehen das Spielfeld Nein 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 Das ist nicht Nein 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 Oh Gott Braula was ist passiert Nein 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 Fuck da läuft das Wasser aus so wenn euch der part auch gefallen hat dann würden wir uns über eine brust wir sind doch nicht fertig ich bin hier fertig wir müssen noch ein mensch machen nein du hast 4-0 gewonnen ich gebe mich geschlagen ohne ein punkt nein nein wir müssen noch ein spiel machen was ich gewinnen muss komm markus wir müssen noch einmal ich habe selten ja sie so emotional bei einem spiel wird aber dieses spiel bringt es immer wieder auf neue ebene sogar in mehreren universen ja das ist so geil komm markus muss an den ich habe nicht gedacht dass das so oft ich nicht okay wenn wir möchten machen wir deine wilds karte noch mal reihe ripp alter ripp auch scheiße ey nein das gibts nicht oh was hat er mich outplayed der jungen ja du hast mir raus mein spät weggenommen boah alter was für ein intensives spiel das macht einen echt fertig ne nein doch oh das gibts nicht noch mal alter ohne witz ey ich habe lange nicht mehr so gelacht diese auch so aufnahmen kriegst du auch nur bei mieter du kannst ja ein spiel spielen und so aufnahmen bekommen es gibt kein anderes spiel was so intensiv ist manchmal dass man da außer romans liegt man kann das gar nicht nachvollziehen als wahrscheinlich als zuschauer oder so oder wenn man die spieler nicht gespielt hat dass man da so emotional war aber ihr habt ihr gesehen gerade bei mir also weiß nicht wie das bei dir die ganze zeit aussah wahrscheinlich nicht so ganz krass komisch what ich bin schon wieder gepochtet worden aber du hast mich jetzt getötet ja und gerade eben hast du mich getötet deswegen war das total überraschend aber ich will nicht gepochtet werden lieber sterben ist richtig als gepochtet zu werden und zu gewinnen alter ohne witz also leute ne ihr seht es du bist bei mir jetzt wieder einfach durchgelaufen hä ich hab dich grad getötet nein was ich hab das spiel beendet ne hast du nicht hast du nicht doch also bei mir bin ich im final screen also im end screen schon ne doch boah warte was passiert jetzt wieder jetzt hab ich wieder standbild jetzt ist fertig ich bin fertig alter ich sitze jetzt hier schon seit 15 20 sekunden ab bist du noch da oh hätte ich facecam gerade ne alter oh mein gott alter wie geil boah hab ich dich ganz schön abgezogen man wie heißt ich auch noch wie kannst du dich jetzt gerade fühlen wenn ich durch die welt und durch das universum gepochtet werde ja wie kannst du dich dann auch fühlen tja da hab ich dich ganz schön fertig gemacht ne wie kannst du das weißt du was eigentlich wir sollten uns weißt du was wir machen wir bearbeiten wir nehmen uns ein bisschen mehr zeit für dieses video wir rennen das erstmal so durch und schicken uns das gegenseitig damit damit wir mal so vergleichsvideos dann mit deiner sicht und meiner sicht wie das dann aussieht so das wär glaub ich ganz n witz alter oh du scheiß ich glaub so ne verrückte folge hatte ich noch nie mit ne talk ich hatte noch kein video was so aussieht wie das ohne scheiß alter mann alter also und stell dir mal vor wir hätten die aufnahme so gemacht wie wir sie vor hatten also so ne ja alter aber da verraten wir noch nicht so viel ne ne aber aber da könnt ihr euch drauf einstellen da wird in zukunft was ganz nettes kommen aber dazu verraten wir noch nicht nichts wenn es dazu kommt vielleicht darf ich ja nächstes mal nicht mehr spielen weil der marcus im parallel universum der hat ihn doch bereits deinstalliert und sein pc aus dem fenster geschmissen weiß man ja nicht weiß man ja nicht vielleicht hab ich ja gar keine berechtigung mehr dazu vielleicht ist auch mein youtube account gelöscht bis dahin man weiß es nicht aber dann erhoffen war es mal nicht alter oh gott okay leute wenn euch diese folge gefallen hat schaut auf jeden fall mal bei marcus vorbei und lasst dann mal ein like da und ein abo und ja wie gesagt ich bin mal gespannt wie du das ganze schneiden wirst also ich werde es denke ich nicht bearbeiten aber deshalb nein das will ich dir überlassen dass dass die zuschauer ein grund haben bei dir nochmal auf jeden fall rein zu gucken und ja also wenn es euch gefallen hat wie gesagt lasst die bewertungen da und guck mal bei marcus rein habt einen schönen tag euer mystery aber das wäre so grave los 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 Vielen Dank.